Wie Walnüsse auf natürliche Weise die Cholesterinwerte senken Regelmäßiger Walnüsseverzehr senkt negatives Cholesterin Regelmäßiger Verzehr von Walnüssen kann den Cholesterinspiegel verbessern, unabhängig vom Verzicht auf andere Nahrungsmittel, so das Ergebnis einer neuen Studie des Klinikums der Universität München. Dass naturbelassene Walnüsse einen positiven Effekt auf den Fettstoffwechsel haben, ist wissenschaftlich erwiesen. Ernährungswissenschaftler haben nun untersucht, ob der positive Effekt davon abhängt, was die Patienten ansonsten in ihrer Ernährung weglassen, wenn sie Walnüsse konsumieren. Doch dies scheint keine Rolle zu spielen. Die Ergebnisse der prospektiven, randomisierten Walnuss-Studie bestätigen den positiven gesundheitlichen Effekt der Walnuss, 43 Gramm der Baumnuss pro Tag verbessern den Fettstoffwechsel, wirken sich positiv auf die Darmflora aus und senken der schlechte Cholesterin nachweislich um ca. 5 Prozent. Und das unabhängig davon, ob man bei der Ernährung Fette oder Kohlenhydrate anstelle der Walnüsse weglässt. Die Ergebnisse wurden kürzlich im Fachjonal Nutrients veröffentlicht. Alleinigte Nussferze erzählt Die Wissenschaftler konnte in der Studie nachweisen, dass alleinigte Nussferze der ausschlaggebende Faktor für den positiven Effekt auf den Cholesterinspiegel ist. Das Team betreute ca. 200 gesunde Frauen und Männer im Alter von durchschnittlich 63 Jahren. Die Probanden, alle Nichtraucher, wurden in drei Gruppen unterteilt, die innerhalb eines Zeitraums von acht Wochen jeden Tag 43 Gramm Walnüsse verzehrten. Andere Ernährung gleiche Wirkung Eine Gruppe sollte dabei vor allem auf Kohlenhydrate verzichten, einer zweiten wurde empfohlen, vor allem auf Fette zu verzichten, und bei der dritten Gruppe erfolgte eine Kombination aus beidem. In dem achtwöchigen Zeitraum gab es zudem für eine Kontrollgruppe keine Nüsse, um einen Vergleichswert zu haben. Das Forscherterm stellte fest, dass es keinen Unterschied bezüglich der Verbesserung des Cholesterinspiegels macht, ob man Fette oder Kohlenhydrate reduziert, während man täglich eine Handvoll Walnüsse isst. Walnusskonsum Egal wann und wo in einem zweiten Ansatz hat das Team nach möglichen Unterschieden gesucht, ob die Nüsse mit der Hauptmahlzeit, zum Beispiel als Bestandteil eines Salates, oder als Snack konsumiert werden. Hier zeigte sich ebenfalls kein Unterschied auf den Fettstoffwechsel. Walnuss-Auswirkungen auf die Darmflora Laut den Wissenschaftler führte der regelmäßige Walnussverzehr zu mehr probiotische und Potosäure produzierende Bakterien im Stuhl. Es ist bekannt, dass die Zusammensetzung der Darmflora Einfluss auf die Gesundheit des Menschen hat, erklärt Professor. Barhofe, Oberarzt in der Medizinischen Klinik und Polyklinikiv am Klinikum der Universität München in einer Pressemitteilung des Klinikums zu den Studiengebnissen. Man wisse auch, dass die Ernährung das Mikrobiom beeinflussen kann. Die Studie belege, dass regelmäßige Walnussverzehr Bakterien fördert, die mit weniger Übergewicht und weniger Diabetes verknüpft seien. Weitere positive Aspekte der Walnuss-Walnüsse sind energiereich und sehr gesund, auch weil sie unter anderem viele Antioxidantien enthalten. Außerdem helfen Walnüsse beim Abnehmen, aufgrund der Appetitkontrolle durch Aktivierung bestimmter Hirnregionen. Insgesamt kann man sagen, die Walnuss überzeugt mit ihrem feinen Aroma und gesundheitlichen Vorteilen. . .